Stadtradio Heilbronn, ein kleiner Sender, aber gut bei Stimme. Radio Schwabenland präsentiert Stadtradio Heilbronn auf UKW 104,6 Megahertz. Verantwortlich für das Programm Siegfried Gläß. Sendeleiter Peter Neubauer. Die Hähnekrens von jedem Dach Heilbronn am Morgen. Ein Duft nach Braten streicht durch alle Gassen. Heilbronn am Mittag. Jetzt küsst die Muse Stadt und Land. Heilbronn am Abend. Ich sag R. Ich sag A. Ich sag D. I. O. Ich sag R. A. D. I. O. R. A. D. 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 I. O. Ich sag Radio. Radio. Aktiv. Aktiv. In der Mitte Europas. Drehscheibe Heilbronn. Das Wetter. Das Wetter. Mehr Melodie aus Heilbronn. Statt Radio. Für Sie aus Heilbronn. Statt Radio. Der Melodie für's Unterland. Statt Radio. Statt Radio. Um 12 Uhr Nachrichten mit Cornelia Wagner. Das Wetter. Statt Radio. Es ist Viertel nach zwölf und Sie hören Stadtradio Heilbronn auf UKW 89,1. Eingestellt auf gute Laune. Unterwegs oder zu Hause. Bei Musik, die gleich ins Ohr geht. Statt Radio. Gute Laune am Montag. Mit viel schöner Musik. Statt Radio. Statt Radio. Statt Radio. Statt Radio. Statt Radio. Statt Radio. Melodie und Harmonie. Statt Radio. Statt Radio. Statt Radio. Der Marktplatz und die Gilianskirche, drumherum das Unterland, das ist Heilbronn. Wunderschönen. Wunderschönen Melodie. Für sie den ganzen Tag. Ja, man hört uns, wir sind Stadtradio. Statt Radio. Wunderschönen. 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 Vielen Dank.